Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir die WLAN-Leistung des neuen AVM FRITZ!Repeater 12000 AX testen. Zu diesem Zwecke hängen wir den Repeater, links oben, per LAN-Kabel an einen beliebigen LAN-Port einer FRITZ!Box 6660 Cable mittig im Bild. Als schneller Datenzuspieler hängt an der FRITZ!Box erstens ein 1000-Megabit-schneller Kabel-Internetanschluss von Vodafone, zweitens eine 10.000-Megabit-schnelle NAS-Speicherstation von Synology, rechts oben. Die Frage ist nun, wie schnell kann der neue FRITZ!Repeater 1200 AX das Internet aus dem Vodafone-Kabel und die Dateien aus dem NAS-Speicher-Server letztendlich an diverse Rechner, Laptops und Handys im Rest der Wohnung weiter funken? Ein Blick in das Handbuch zeigt, welche WLAN-Werte der 1200 AX rein theoretisch beherrscht. Grob gesagt sind es maximal 600 Megabit im übervölkerten 2,4 GHz Band plus maximal 2400 Megabit im weniger überfüllten 5 GHz Band. Allerdings ist der Ethernet LAN-Port des kleinen Repeaters auf 10.000 Megabit limitiert. Schon deshalb werden also keine 2400 Megabit, sondern maximal 1000 Megabit netto über die Teststrecke rauschen. Dieser 1-Gigabit-LAN-Port ist der Engpass. Ansonsten könnten 2400 Megabit WLAN-Brutto ja auch mehr als 1000 Megabit netto transportieren. Natürlich versteht der neue 1200 AX-Repeater im 2,4 GHz Band auch ältere WLAN-Endgeräte, etwa 11G bis 54 Megabit und 11N bis 400 Megabit. Das uralte 11B dagegen mit Marktstart Frühling 2000 wird nicht mehr unterstützt. Natürlich versteht der neue 1200 AX-Repeater auch im 5 GHz Band ältere WLAN-Endgeräte. Nämlich 11A bis 54 Megabit, 11N bis 400 Megabit, sowie 11AC bis 866 Megabit bei 80 MHz Kanalbandbreite oder sogar 1733 Megabit bei 160 MHz Kanalbandbreite. Zum ersten stationären Durchsatztest verbinden wir unser schnellstes WLAN-Endgerät mit dem Fritz Repeater 1200 AX. Und zwar eine kleine Dell Workstation, die aus ihren zwei schwarzen WLAN-Antennen maximal 2400 Megabit brutto funken kann. Insofern passt sie perfekt zum Fritz 1200 AX, der ebenfalls 2x1200, ist gleich 2400 Megabit, aus zwei intern verbauten Antennen brutto zustande bringt. Hier noch ein kurzer Blick ins Innere des Dell-Rechners. Im schwarzen Kühlblock sitzt ein Intel WiFi 6 AX200 Chipset. Dessen WLAN-Power wird ueber zwei schwarze Kabel an die beiden schwarzen WLAN-Antennen herausgeleitet. Wir hängen also den Fritz Repeater 1200 AX per LAN-Kabel an eine beliebige LAN-Buchse, der Fritzbox 6660-Cable. AVM nennt diese Zugangsart uebrigens LAN-Bruecke. Der Rest der Welt sagt auch gerne AP-Modus oder Access-Point-Modus dazu. Wie man sieht, funkt der Fritz Repeater 1200 AX ab Werk nur einen einzigen Funk-Netznamen unisono auf beiden WLAN-Bändern heraus. Das heisst, man sieht ihn in der Luft unisono nur als Fritz Repeater 1200 AX auf 2,4 GHz, genau wie auf 5 GHz. Mit dieser 0815 Werkseinstellung koennen wir die beiden extrem unterschiedlichen WLAN-Bänder aber nicht gezielt ansteuern und somit auch nicht getrennt vermessen. Wir klicken deshalb auf das Maus-Feld namens Unterschiedliche Benennung der Funk-Netze auf 2,4 und 5 GHz. Jetzt stört nur noch der umständliche Funk-Netz-Schlüssel, der ab Werk von AVM vorbildlich kompliziert gewaehlt wurde. Für Testzwecke, aber nur dafür, ändern wir den Schlüssel auf 12345678 und klicken auf Übernehmen. Im echten Leben aber bitte auch hier einen komplizierteren WLAN-Schlüssel drin lassen. Jetzt zeigt uns der Fritz Repeater 1200 AX noch einmal die neuen WLAN-Einstellungen für 2,4 GHz mitsamt QR-Code, den wir mit einem Handy fotografieren koennen. In diesem Code stecken alle WLAN-Zugangsdaten drin. Wir müssen dann nicht selber tippen. Der gleiche Luxus wird auch für das 5 GHz Band angeboten. Ein Blick in den Webserver des 1200 AX bestätigt uns. Jawohl, der Repeater funkt jetzt. Wie gewünscht zwei getrennte Funk-Netznamen auf zwei getrennten Funk-Frequenzen. Und hier nochmal ein Blick auf beide Funker. Die Fritzbox 6660 funkt jetzt andere Netzwerk-Namen als der Fritz Repeater. Genau das wollten wir, um ganz gezielt auf die verschiedenen Funk-Zellen zugreifen zu koennen. Beim ersten stationaeren Messtest ziehen wir große Testdateien vom 10 Gigabit NAS-Server via Fritzbox und Fritz Repeater bis in die WiFi-6 Workstation herunter. Das ist die Strecke an den gelben Pfeilen. Danach senden wir große Dateien wieder vom Rechner bis in die NAS-Station hoch. Im Downstream rot und im Upstream grün sehen wir Netto-Spitzen bis zu 967 Megabit pro Sekunde, wenn wir im schnellen 5 GHz Band messen. Das heißt, auf kurze Distanz ist der AVM Repeater 1200 AX schön schnell. Klar, dass die Messwerte unterhalb von 1000 Megabit liegen müssen, weil der 1 Gigabit Ethernet LAN-Port des Repeaters halt knapp unter 1000 Megabit netto die Bremse reinhaut. Beim zweiten stationaeren Test verwenden wir nicht den 10.000 Megabit NAS-Server, sondern den 1000 Megabit Internetanschluss von Vodafone als Datenzuspieler. Also die gelbe Strecke. Es kommen gleich auf Anhieb knapp 950 Megabit über die 5 GHz Zelle des Repeaters im WiFi-6 Rechner an. Auch dies kein schlechter Wert. Was will man mehr bei einem Repeater für 89 Euro UVP. In allen weiteren Messungen geht es dann aber nicht mehr um den maximalen Speed auf kurzer Distanz, sondern um die Funkreichweite über 5 zunehmend schwierige Zimmer. Genauer gesagt, um das Rate-over-Range-Verhalten des Repeaters. Wir starten den Messrundgang mit einem WiFi-6-Laptop. Unser Laptop schafft maximal 2400 Megabit brutto, sofern er sich im 5 GHz Band mit einem 160 MHz breiten WLAN-Kanal mit dem Repeater verbinden kann. Links im Laptop-Display sieht man das selber eingebaute Intel WiFi 6 AX200 Laptop-Modul. Wir haben es schon anno 2019 bei einem Online-Händler für knapp 13 Euro gefunden. Der Einbau ist für geschickte Finger nicht schwierig. Das haben wir an anderer Stelle ausführlich beschrieben. Wir wandern mit dem WiFi-6-Laptop also 5 Zimmer ab und bekommen diese Durchsatzkurve. Im ersten Zimmer, erster gelber Pfeil nach unten, bekommt der Laptop die Daten aus der NAS-Station mit Netto-Peaks bis zu 967 Mbps, wenn wir im schnellen 5 GHz Band messen. Das ist per Zufall der gleiche Messwert wie mit dem großen Dell-PC. Das heißt, auf kurze Distanz ist der neue AVM Repeater 1200 AX auch mit dem Laptop richtig schnell. Im zweiten Zimmer, zweiter Pfeil nach unten, geht es mit dem Speed schon rasch bergab. Nur noch die Hälfte, grob gesagt gut 500 Mbps. Im dritten Zimmer gab es bei einigen Messgängen schon diverse Durchsatzabrisse. Das ist hier eh schon eine der besseren Messkurven. Im vierten Zimmer kamen keine Daten mehr auf dem Laptop an. Und im fünften Zimmer erst recht nicht. Das heißt, die Reichweite des neuen WiFi-6-Repeaters ist noch schlechter als die der WiFi-6-Fritzbox 6660 Cable. Somit bleibt festzuhalten, Reichweite ist nicht die größte Stärke des Repeaters 1200 AX. Fast jede jüngere Fritzbox schafft auch im fünften Zimmer unserer Testwohnung noch einen gewissen Datendurchsatz. Beim Daten-Upload, also beim Senden großer Dateien vom WiFi-6-Laptop zum WiFi-6-Repeater und dann per LAN-Kabel weiter, via Fritzbox bis in den NAS-Speicher, ist die Reichweite geringfügig besser als beim Download. Das heißt, der Durchsatz reißt nicht im vierten, sondern erst im fünften Zimmer komplett ab. Allerdings hat der Repeater 1200 AX bei den Messwanderungen ständig im unteren 5 GHz Band gefunkt. Hätten wir ihn durch händische Kanalwahl in den höheren 5 GHz Bereich gezwungen, dann hätte er mit satten 1000 MW anstatt nur mit 200 MW funken dürfen. 1000 MW sorgen in der Regel für bessere Reichweiten, trotz der marginal höheren Frequenzen. Da der neue Repeater 1200 AX im Test aber nie freiwillig in die oberen 5 GHz Bereiche sprang, wollten wir dies auch nicht händisch erzwingen, zumal wir auch in früheren Tests nie den stärkeren 1000 MW-Bereich erzwungen haben. Stattdessen ergeht an dieser Stelle unser Wunsch an AVM, die Software des Repeaters doch ein bisschen stärker auf Reichweite zu optimieren, notfalls auf Kosten der aktuell hohen Geschwindigkeit bei kurzen Distanzen. In dieser Ergebnis-Grafik sieht man ganz klar die Stärken und die Schwächen des Repeaters 1200 AX, viel Speed auf kurze Distanz im ersten und im zweiten Zimmer, danach rasanter Absturz in den weiteren Räumen 3 bis 5. Rot ist der Download-Speed, grün ist die Upload-Geschwindigkeit. Schon jetzt wird klar, der Repeater für 89 Euro eignet sich sehr gut als WLAN-Access-Point, wenn idealerweise jedes Zimmer einen eigenen 1200 AX Repeater, idealerweise am LAN-Kabel, bekommt. So könnte man auch eine größere Wohnung fast lückenlos mit knapp 1000 Mbit WLAN fast voll versorgen, zu moderaten Kosten. Ein relativ günstiger Business-AP mit vergleichbarer WLAN-Speed, Sagen wir mal, ein Zeichsel NWA 210 AX kostet per 12 2021 um die 270 Euro. Dafür bekommt man drei Stück AVM 1200 AX. Die letzte Messtour über fünf Räume hinweg machen wir mit einem guten WiFi-6 Handy. Und zwar mit einem Samsung Galaxy Note 10 Plus. Im Gegensatz zum WiFi-6-PC und zum WiFi-6-Laptop kann das keine 160 MHz-Kanäle, sondern nur 80 MHz-Breite-Kanäle im 5 GHz-Band bedienen. Entsprechend funkt das Handy keine 2400, sondern nur 1200 Mbit brutto. Netto kommt bei WLAN, grob gesagt, die Hälfte vom brutto raus. Das wären mit diesem Handy dann also circa 600 Mbit. Tatsächlich zeigen die beiden Kurven rechts im Bild Netto-Werte bis circa 600 Mbit im 5 GHz-Band. Natürlich nur bei kurzer Distanz zum WiFi-6-Repeater, wenn eben beide Geräte in direkter Sichtlinie im gleichen Zimmer funken. Links im Bild sieht man die Kurven im 2,4 GHz-Band. Die Kurve ganz links außen zeigt den Messgang von Zimmer 1 bis Zimmer 5. Rechts daneben sieht man die Rückwanderung von Zimmer 5 bis Zimmer 1, daher ansteigend. Die Kurven wurden mit einer AVM-FRITZ-App-WLAN auf dem WiFi-6-Handy aufgezeichnet. Diese App gibt es kostenlos für Smartphones mit Google- und mit Apple-Handy-Betriebssystemen. Schauen wir zum Schluss noch kurz das WLAN-Spektrum an, in dem wir den FRITZ-Repeater 1200 AX getestet haben. Im 2,4 GHz-Band hat sich das 1200 AX-Repeater-Abwerk eine Kanalbandbreite von 20 MHz gegönnt. Im unteren 5 GHz-Band hat der Repeater-Abwerk automatisch auf 160 MHz Kanalbandbreite aufgedreht. Just deshalb bringt er im 5 GHz-Band auf kurze Distanz einen sehr schönen Durchsatz von fast 1000 Mbps netto zustande. Im mittleren 5 GHz-Band hat sich unsere FRITZ!Box 6660 eingerichtet. Deren WLAN haben wir bei den Messungen mit dem Repeater 1200 AX jedoch komplett abgeschaltet, damit es den Repeater nicht unnötig stört. Das wäre zwar nicht unbedingt nötig gewesen, um gute Messwerte zu bekommen, schadet aber auf gar keinen Fall. Lassen sich meine Messwerte auf andere Gebäude übertragen, nur sehr bedingt und mit großer Vorsicht. Der Funk wird nämlich von zahlreichen Baumaterialien ausgebremst, etwa von dicken Stahlbeton-Wänden und Decken. Weitere Funk-Dämpfer sieht man im linken Kasten. Im rechten Kasten sind ein paar Funk-Störer aufgezählt. Am bekanntesten sind WLANs, die aus der Nachbarschaft in die eigenen vier Wände hereinstrahlen. All diese lokalen Faktoren haben einen gewissen Einfluss auf die Reichweite von WLAN-Funkern, mithin also auch auf die Reichweite des neuen Fritz Repeaters 1200 AX. Zu guter Letzt noch kurz die Stromwerte. Im Standby, also WLAN, angeschaltet und ein Laptop über 5 GHz verbunden, hat der Fritz Repeater 1200 AX knapp 3,6 Watt aus der 230-Volt-Dose gezogen. Bei intensiven Downloads großer Dateien von der NRS-Station auf den WiFi-6 Laptop konnten wir den Repeater auf gut 7 Watt hochtreiben. Laut AVM-Handbuch Seite 84 hat der Repeater 1200 AX eine durchschnittliche Wirkleistung von ca. 3,8 Watt. Das passt, wir haben im Standby wie gesagt knapp 3,6 Watt gemessen. Weitere Infos und technische Daten zum 1200 AX findet Ihr in meinem Unboxing-Video. Zum Fritz Repeater 6000, dem ersten stärksten und teuersten WiFi-6 Repeater von AVM, gibt es einen sehr ausführlichen Messtest, in dem ich auch meine WLAN-Messmethoden viel ausführlicher beschrieben habe. Außerdem gibt es ein Video, in dem ich die Vorteile von Brücken hinter Fritz-Boxen erkläre. Am Beispiel eines Fritz Repeaters 6000 hinter einer Fritzbox 6660 Cable. Die Tipps und Anleitungen lassen sich aber auch auf andere Repeater und WLAN-Router übertragen. Das war's für heute. Fast etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare sehr gerne direkt unter das Video, ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.